Ich würde sagen, starten wir mit Prof. Dr. Frank Seibold von der Intesto, Kronkulitis Zentrum Bern. Er unterstützt Kronkulitis Schweiz in allen ihren Belangen. Da ist es schon mein Vorgängerpräsident. Sie wird schon ganz anders geheissen. Und da sind wir sehr dankbar, Frank. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spass. Ja, einen schönen guten Abend miteinander. Ich bin schon sehr lange mit Kronkulitis Schweiz zusammen. Ich kenne seinen Vorgänger, seine Vorvorgängerin, die inzwischen schon leider verstorben ist. Ich bin noch nicht Gründungsmitglied, aber ich bin fast schon nach der Gründung, war so bald dabei gewesen. Es ist eine tolle Sache und ich glaube, die Kronkulitis Schweiz hilft sehr mit, dass das Verständnis für die Erkrankungen in unserem Land massiv zugenommen hat. Und es ist eine Erkrankung, die ja immer wieder auch versteckt verlaufen kann. Es gibt immer wieder Leute, die das über Jahre, Jahrzehnte gar nicht merken. Und durch gewisse Awareness-Produktionen wie gewisse Fernsehauftritte hat man das wunderbar hergebracht mit Kronkulitis Schweiz, dass ihr als Patient wirklich auch ein Forum habt. Ich habe heute eine ganz schwierige Aufgabe. Es geht um Medikamente am Horizont. Und das ist kompliziert. Als ich angefangen habe, mit Kronkulitis zu arbeiten, da gab es ganz wenige Medikamente. Kortison und irgendwie sowas wie Saulo-Falc oder Pendasa. Und wenn es ganz hoch kam, wenn man ganz mutig war, hat man noch jemanden mit Imurek behandelt. Aber dann musste man viel, viel operieren. Das ist heute alles sehr, sehr anders. Wir hatten viele neue Medikamente. Und es ist auch für uns als Spezialisten sehr schwierig zu verstehen, was gibt man wann und was ist wie gut. Wie kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Und ich nehme euch jetzt richtig mit in so einer Wust von Daten. Es wird mega verwirrend sein. Aber einfach um euch zu zeigen, was in unserem Hirn abgeht, wenn wir euch beraten, weil die ganzen Daten haben wir natürlich als Kron- und Kulitis Spezialisten im Kopf, um euch optimal zu beraten. Warum brauchen wir überhaupt neue Medikamente? Da gibt es je welche Gründe. Nicht alle Patienten sind optimal zu therapieren. Obwohl wir heute ganz viele Medikamente haben, nicht jeder kann optimal therapiert werden. Es braucht wirklich nur Neues. Und bei manchen Patienten funktioniert das so einigermaßen gut. Aber gleichwohl tut die Erkrankung Fortschritt. Es gibt Nerven, es gibt Engnisse, also Stenosen, auch fachkinesisch oder Fischl. Und leider können wir bis heute auch die Operationen bei Kron-Patienten nicht zu 100 Prozent vermieden. Und es gibt auch bei der Kolitis Ulcerosa immer wieder Patienten, wo leider Notfallmässig müsst ihr Kolon rausnehmen, weil das einfach nicht medikamentös zu beherrschen ist, der Schub. Es gibt Schübe unter funktionierenden Therapien und was ganz eigentlich mega traurig ist, es gibt kein einziges Medikament, was wirksamer ist als 70 Prozent. Also das heisst, bei jedem Medikament hat es Patienten, die nicht werden Ansprecher auf die Therapie ansprechen. Das Wichtigste ist auch noch unter, wir müssen natürlich Medikamente haben mit einem guten Sicherheitsprofil. Das heisst, es gibt natürlich Medikamente, die mega Nebenwirkungen haben und das will man natürlich nach Möglichkeit nicht einsetzen. Nun, welche Wege gibt es überhaupt? Was ich heute nicht wort mache, ich gehe nicht auf Cortison, 5-Asa und immunsuppressive Therapie, ich auch nicht auf TNF-Blocker und Homing-Rezeptoren-Blocker wie das Entivio oder das Vedulizumab. Das ist schon ein etwas altes Eissen, obwohl das auch gute Medikamente sind. Ich gehe jetzt wirklich heute auf das ganz Neue ein. Es gibt jetzt mehrere Strategien, die man im Moment verfolgt. Das eine ist, dass man Moleküle, die es schon auf dem Meretat tut, wie verbessern, verfeinern oder das macht man zum Beispiel bei den JAK-Inhibitoren oder bei der Interleukin-12 und 23 Antikörper. Aber es gibt auch ganz neue Medikamente Familien, also ganz neue Therapieansätze, zum Beispiel die S1P-Rezeptor-Agonisten. Oder es gibt auch die Kombination von verschiedenen Medikamenten. Das ist etwas, was immer mehr wahrscheinlich kommen wird. Gehen wir der Reihe nach durch. Also wir gehen jetzt erst zur Verbesserung der Moleküle und ich fange an mit der Familie von der Interleukin-12 und 23-Blocker. Da gibt es im Moment erst eines im Handel, das ist das Stellara oder Ustekinumab. Aber ihr seht da auf der Liste, es gibt noch das Brachizumab, das Guselcomab, Mirizizumab und Risankizumab. Sorry, ich habe die blöden Namen nicht erfunden, das ist ein bisschen schwierig zu merken. Aber das sind eigentlich eine Art Immunregulator, die funktionieren alle sehr ähnlich. Meistens muss man am Anfang eine einzige Infusion machen und nachher spritzen. Nun, was machen die? Und zwar, es gibt so Entzündungsbodenstoffe, das nennt man die Intoleukine, oder? Die sind schon seit 30 Jahren bekannt. Das sind ganz kleine Moleküle, die im Prinzip damit reden, wie die weißen Blutkörperchen miteinander, oder? Und die kann man in verschiedensten Formen blockieren, oder? Das erste von diesen Molekülen ist der TNF-Blocker, wie das Remikate oder das Humira, was jetzt beim TNF angesetzt hat. Und hier ist es eben das Ustekinumab, oder? Was im Prinzip, pardon, jetzt komme ich nur zurück. Mal gucken, ob das da geht. Oder man sieht, das Ustekinumab setzt an diesen Molekülen, die sind da unten aufzeichnet, an der sogenannten P40-Unter-Einheit an. Und jetzt hat man eine ganze Reihe von Neuen gemacht, die setzen am P19 an, und zwar nur noch am Interleukin 23. Also das ist etwas spezifischer. Ja, jetzt ist für uns Ärzte, als auch natürlich für Sie als Patienten, die Qual der Wahl, was soll man denn von diesen Medikamenten jetzt am besten wählen? Preis spielt Gott sei Dank in der Schweiz nicht eine große Rolle, weil meistens wird das alles von der Kasse übernommen. Aber die Wirksamkeit interessiert uns, natürlich die Nebenwirkung, die Art der Anwendung. Wichtig ist einfach im Moment, das ist Zukunftsmusik, was ich Ihnen zeige. Im Moment gibt es eigentlich nur das Stellara oder das Ustekinumab auf dem Markt. Hier sehen Sie so Daten aus den Zulassungsstudien. Und was sehr auffällig ist, wenn Sie da schauen, woche drei, sechs, woche acht oder nach drei Wochen hat man hier das Ansprechen von 30 Prozent, nach sechs Wochen 33 Prozent, nach acht Wochen 37 Prozent. Also das heißt, die Wirksamkeit von dem Medikament geht ganz, ganz langsam auf. Man ist sich heute einig, das kann bis zu sechs Monate gehen, bis das Medikament vollwirkt. Also merken Sie sich, tun Sie das nicht zu schnell stoppen. Das könnte immer noch gut kommen mit so einem Medikament. Wenn es mal wirkt, dann wirkt es relativ lang. Das sind jetzt Daten über fünf Jahre. Man sieht, dass viele Patienten das Medikament behalten können. Und es wirkt auch bei der Collitis Ulcerosa, aber Sie sehen im Prinzip maximal bei 43 oder 44 Prozent nach einem Jahr. Das heißt, auch hier haben wir keine 70 Prozent, sondern wir haben immer noch, ja, fast 50 Prozent von den Patienten jetzt mit Collitis Ulcerosa, wo das Medikament nicht wirkt. Schauen wir uns mal die ganz neue an. Das ist zum Beispiel das Guselkuma bei der Collitis Ulcerosa. Sind wir dort besser? Ihr seht da auf dem zweiten Säulenpaket, klinische Remission, das ist 32 Prozent. Also das heißt, es ist ungefähr gleich. Aber das Bild hier ist relativ interessant. Das ist nochmals das gleiche Medikament, das Guselkumab, wo man nachher mit dem bekannten Ustekinumab, also dem Stellara, vergleicht. Das Ustekinumab ist das violette und man sieht, dass die zweite Säule doch ein bisschen höher ist. Da kommen wir doch über 70 Prozent, wenn wir die richtige Dosierung von dem Guselkumab wählen. Also da scheint mit dem neuen Molekül ein bisschen etwas an Verbesserung drin zu legen. Nur, dass die Verwirrung komplett ist. Ihr seht, es gibt noch mehr von den Medikamenten. Die neuen sind Risankizumab. Auch hier hat man Heilungsrate um die 50 Prozent und der andere ist das Mirikizumab. Das ist jetzt frühe Datenwoche 12. Das funktioniert sicher mindestens genauso gut wie das Ustekinumab bei der Colitis ulcerosa. Nun, was sind die Vor- und Nachteile von diesen Interleukin-12 und 3-20 Antikörpern? Sie haben insgesamt sehr, sehr wenig Nebenwirkungen. Also ich habe eigentlich noch nie einen Patienten gesehen, der wirklich ernste Nebenwirkungen hatte, auf diese Art von Medikament. Sie müssen sehr selten gegeben werden, also alle acht bis zwölf Wochen, was toll ist. Sie wirken sehr gut bei der Psoriasis, bei der Schuppenflechte, sie sind auch bei den Fischteln wirksam. Über Jahre kann man die offensichtlich nehmen, ohne dass es allzu fest zu einem Wirkungsverlust kommt. Und wie gesagt, die neuen P19-Blocker sind wahrscheinlich ein Spür besser als das alte Ustekinumab. Aber es hat auch Nachteile, oder? Ich habe euch gesagt, es geht sehr lange, bis die Wirkung eintritt. Es wirkt nicht bei allen Patienten und bei Leuten mit axialen Gelenkserkrankungen, die zum Beispiel eine Spondylarthritis haben, da wirkt es nicht gut. Was ist wirklich das Wirksamste von den neuen Molekülen? Im Prinzip, um das zu wissen, müssten wir sogenannte Vergleichsstudien machen. Und das gibt es bis auf die eine, die ich Ihnen gezeigt habe, mit dem Guselkumab versus Ustekinumab im Moment noch keine. Das heisst, für uns sehr schwierig inzuschätzen. Man versucht dann rechnerisch einen Eindruck zu regnen, aber all die Daten fehlen noch. Das heisst, da gibt es noch eine riesige Arbeit für die Forscher, wirklich zu schauen, welches Molekül ist das Beste. Jetzt verloren wir, die Interleukin-12-23-Antikörper gehören zum nächsten neuen Molekül. Das sind die sogenannten JAK-Inhibitoren. Oder JAK, das ist die Janus-Kinase. Und im Prinzip auch dieses Medikament tut solche entzündlichen Bodenstoffe blockieren. In der Schweiz ist im Moment das Tofacitinib, das mit dem Handelsnamen Xellions-Zugler. Und man nennt die auch Small-Moleküle. Das sind sehr kleine Moleküle. Und das Schöne ist, dass man das eben als Tabletten kann. Das ist ein sehr wirksames Medikament, aber in Tablettenform. Nun, um euch noch mehr zu verwirren, es gibt verschiedene JAKs, wie man da sieht, mit den farbigen Kreisen. Es gibt JAK 1, 2, 3 und noch der TÜK 2. Das sind alles ähnliche solche Signalschalter, die gewisse Effekte im Immunsystem machen. Und man sieht auf der rechten Seite, das ist jetzt für USA eine Tabelle, man sieht in den USA ist das Tofacitinib, das wir in der Schweiz auch haben. Aber noch das Upatacitinib und das Filgotinib, die sind schon zu klar. Aber Sie sehen, es gibt noch viel mehr von den Molekülen und die richtet sich nicht nur gegen JAK 1 oder JAK 3, sondern auch gegen TÜK oder so kombiniert gegen JAK 1 und TÜK 2. Und das Tofacitinib, das tut eigentlich gegen alle JAKs reagieren. Hier die Daten zu diesem Xelianz, was in der Schweiz seit längerem im Handel ist, nach einem Jahr. Sie sehen, im Prinzip, das funktioniert bei Patienten, die mit TNF-Blocker vorbehandelt sind oder auch noch nicht vorbehandelt sind, bei beiden Gruppen relativ gut. Und man hat eine Gesamtabheilungsrate von ca. 40%. Auch hier sehen Sie wieder, 60% funktioniert leider nicht. Daten zum neuen Filgotinib, das ist Woche 10, relativ früh. Man sieht, hier sind wir vielleicht ein Spürchen besser als ein Xelianz. Wir kommen dort irgendwo um die 20% um. Dann das Upatacitinib, das ist jetzt eine Studie bei Morbus Crohn und man hat geschaut, wie gut der Darm wirklich abheilt, wenn man eine Endoskopie macht. Das heißt, das ist somit das beste und wichtigste Zielcharakteristikum, was man kann erheben. Und man sieht, immerhin, das wäre eine endoskopische Remission, dass nach Woche 12, 36% der Patienten ist der Darm komplett abgeheilt. Und wenn man das noch etwas länger gibt, sieht man das gar bis zu 44%, wo eine komplette Abheilung auch endoskopisch vom Darm auftritt. Also relativ gute Daten. Interessanterweise, das sind jetzt ganz neue Daten, die wir gerade vor einer Woche auf dem europäischen Kron- und Kolitis-Kongress gesehen haben. Das wirkt offensichtlich auch das Upatacitinib bei Fisteln. Das ist ja immer so eine mühsame Erkrankung, wo es nicht so wahnsinnig viele Medikamente gibt. Also das sind so erste kleine Hinweise, dass das dort funktionieren könnte. Und hier sieht man, es gibt noch mehr von den Molekülen alle mit so unaussprechlichen, komischen Namen. Ich sage das nicht, dass Sie das jetzt auswendig lernen müssen, sondern es geht darum, es gibt hier viele. Und das, was man meint zu sehen, ist, dass es könnte sie, dass zum Beispiel ein Patient auf das Ritlecitinib nicht ansprechen, aber dafür auf das Präpo-Citinib, weil der Mechanismus ein bisschen anders ist. Das heißt, es macht es relativ diffizil und es könnte sie, dass man mehr und mehr das einfach schlichtweg ausprobieren muss, welches Medikament für Sie individuell das Beste wird sein. Nun, leider haben diese Jug-Inhibitoren aber Nebenwirkungen und die sind nicht so ganz unerheblich. Das muss man eben genau anschauen. Nicht jeder Patient würde ich jetzt so ein Medikament geben. Es kann zu Cholesterinerhöhung führen. Bei manchen macht es gar nicht. Aber heute zum Beispiel habe ich einen Patienten gesehen, der hatte eine massive Cholesterinerhöhung. Auch ein erhöhtes Risiko für Thrombose und Gefässprobleme. Wahrscheinlich ist sogar langfristiges Krebsrisiko ein bisschen erhöht. Was ganz sicher ist, die Gürtelrose, die ist sehr deutlich erhöht bei all den Medikamenten. Das heißt, jeder Patient, der das Medikament hat, soll sich vorher mit Schinkriegs, mit dem neuen Impfstoff gegen Gürtelrose impfen lassen lassen. Dann kann man das Problem eigentlich verhindern. Es gibt eine Studie aus der Rheumatologie, wo Sie einfach verglichen haben mit dem TNF-Blocker, mit Adalimumab. Ist das Risiko für Nebenwirkungen höher als bei einem TNF-Blocker? Da ist leider ein Risiko herausgekommen. Ja, das Risiko ist höher und deswegen hat die Europäische Arzneimittelbehörde vor ein paar Wochen und die Schweiz vor zwei Wochen oder so auch eine Art Warnung herausgegeben, dass man das Medikament nicht bei Patienten über 65 und auch nicht bei Patienten mit dem kardiovaskulären Risiko, bei Rauchen oder bei Leuten mit einem erhöhten Tumorrisiko. Nun, wie machen das eigentlich die Wissenschaftler, um zu schauen, wie häufig oder wie gefährlich ist so ein Medikament. Da hat man jetzt zum Beispiel beim Upadizinib geschaut, wie häufig tut in den Studien ein gutartiger Hautkrebs auftritt. Und ihr seht, da hat es verschiedenste Medikamente aufgeschrieben und man schaut dann eigentlich, wie häufig ist das zum Beispiel unter Methotrexat, wie häufig ist das unter Adalitumumab. Und man sieht ganz klar, es hat hier bei den Chakinase-Inhibitoren eigentlich ein Dosiswirkungsprinzip. Das heißt, wenn man eine hohe Dosis wählt, dann gibt es auch mehr Nerberwirkungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man dieses Medikament einsetzt, dass man wirklich mit einer geringen Dosis durchfährt. Man sieht hier bei Tumoren insgesamt ist der Effekt sehr gering. Da kann ich jetzt nicht gerade klar sagen, dass diese Chakinase-Inhibitoren ein Risiko machen. Aber man sieht jetzt zum Beispiel hier für die Beinvenenthrombose, da ist bei der Colitis Ulcerosa ganz klar ein Risiko für dieses Upadazitinib. Und noch zum Schluss die Gürtelrose. Oder man sieht im Vergleich zu Methotrexat und Adalimumab, dieses Medikament hat ganz klar ein Risiko. Also fassen wir zusammen für die Chakinhibitoren. Die haben einen riesigen Vorteil. Sie funktionieren unglaublich schnell. Eine indische Studie hat das gerade in dem Meeting gezeigt, dass man die eigentlich, das könnte man wie als Kortisonersatz brauchen. Also es wirkt sehr, sehr schnell. Wenn man das Medikament absetzt oder sogar absetzen muss, aufgrund von Nebenwirkungen beispielsweise, ist der Wirkstoff innert stunden wieder aus dem Körper verschwunden. Das heißt, es gibt nicht so ein langfristiges Problem wie bei den Biologicals. Es wirkt relativ gut. Es sind nur Tabletten, die ein- oder zweimal pro Tag, je nach Produkt, müssen eingehoben werden. Aber es hat Nachteile. Also Herpes, Dosser, die Gürtelrose, unbedingt die Impfung machen. Man sollte möglichst eine kleine Dosis nehmen, wegen der Nebenwirkung. Man sollte die Blutfettung kontrollieren. Patienten mit Herzproblemen, also mit koronaren Herzerkrankungen, würde ich das nicht empfehlen, das Medikament. Und bei den selektiven, also den neuen JUG-Inhibitoren, muss man sicher die Nebenwirkungen genau studieren, was da auch langfristig kommt. Wahrscheinlich haben die weniger Nebenwirkungen. Also zum Beispiel für das Filgotinib hat man das schön können zeigen. Filgotinib hat deutlich weniger Nebenwirkungen als jetzt zum Beispiel das Tofacitinib. Welches von denen ist jetzt das Beste, wenn man die Daten anschaut, es gibt keine guten Vergleichsstudien. Im Moment haben wir eh nur das Tofacitinib in der Schweiz auf dem Markt. Aber es werden die anderen schnell oder demnächst kommen. Man hat so ein wenig den Eindruck, dass das Upadacitinib wirklich deutlich besser sein könnte als das Tofacitinib. Aber wie gesagt, wir müssen das genau beobachten. Und das ist die Aufgabe von uns Ärzte, dass wir euch da nicht in irgendein Gefahrlöndl erinnern. Wir tun sehr genau die Daten analysieren und erfreulicherweise sind auch die Pharmafirmen verpflichtet. Die ganzen Nebenwirkungen müssen dokumentiert werden. Die Studien laufen zum Teil sehr lang, um wirklich herauszufinden, hat es dort potenzielle Risiken oder nicht. Und wenn da etwas kommt, wird eigentlich sehr schnell gewarnt. Also man sucht wirklich um grösstmögliche Sicherheit. Also man muss nicht Angst haben, wenn man jetzt so ein Medikament startet, dass man nachher irgendwie ein Versuchskünkel ist. Das ist man nicht. Also die Leute schauen wirklich sehr genau das Züchs an. Ja, jetzt komme ich noch zu einer ganz neuen Medikamentengruppe, die seit letztem Herbst auf dem Markt ist. Das sind die sogenannten S1P-Rezeptormodulatoren. Das ist ein Medikament, das heisst im Handelsnamen Ceposia. Das sieht im September 2022 in der der Schweiz für die Colitis Ulcerosa zuglaubt. Was macht das Medikament? Sie sehen hier in der Mitte das Grüne, das ist ein Lymphknoten und in unserem Körper wandern die weiße Blutkörperle einfach umeinander und die gehören ab und zu auch in einen Lymphknoten. Und das Medikament, hier das Ozanimod oder Ceposia, das tut dafür sorgen, dass ein gewisser Rezeptor eigentlich verschwindet, sodass dieser S1P-Gradient ins Bruch, dass die weiße Blutkörperle wieder aus dem Lymphknoten rauskommen in ein neues Blutgefäß. Das wird wie verhindert. Das heisst, letztendlich sammlet sich gewisse entzündliche Blutzellen, weiße Blutkörperle, im Lymphknoten blieben dort drin und können nicht mehr so viel Entzündung im Daumen machen. Das ist also das sogenannte Ozanimod. Hier die Daten, man sieht wieder Remission, wir sind eigentlich immer so im gleichen Bereich, hier wieder 40% nach einem Jahr sind in Abheilung. Also auch hier haben wir wirklich nur noch 40% und nicht die gewünschten 100%. Und da gibt es ein zweites, das ist das Etrasimod, das sieht nicht viel besser aus. Also auch dort kommen wir wahrscheinlich nicht über die 40%. Ich darf zusammenfassen, diese S1P-Rezeptormodulatoren sind neu. Es ist nur für die Colitis in der Schweiz zu klar, das Ozanimod oder Ceposia. Das Medikament ist schon seit langem in der Schweiz bekannt als Multiple Sklerose Medikament und dort sehr wirksam eingesetzt. Es ist recht gut wirksam, es hat sehr wenige Nervenwirkungen. Das einzige, was man schauen muss, sind gewisse Herzrhythmusstörungen, die durch das können verstärkt werden. Deswegen braucht es auf jeden Fall das EKG vorher und man die Dosis langsam steigern. Nun, was gibt es noch außerdem? Wir haben gesehen, es gibt die veränderten und verbesserten Moleküle, es gibt ganz neue Medikamentenfamilien und was ich mega spannend finde, ist die Kombination von Medikamenten. In allen ist es bekannt, dass man z.B. 5A manchmal, wenn es einen Schub gibt, also Salophalk-Präparate, z.B. mit Cortison oder Budenophalk oder sowas kombinieren kann. Das ist Ihnen bekannt. Sehr lange ist schon das bekannt. Das ist eine alte Studie aus 2010, wo man im Prinzip der rote Balken, das ist Azathioprin, z.B. Imureg oder Azareg oder Azafalc gibt. Da gibt es eine Heilungsrate von 24%. Wenn man das Remikai, das Infliximab nimmt, 35% und wenn man beide kombiniert ist, sind wir bei 46%. Das heißt, man kann durch mehrere Medikamente gleichzeitig die Abheilungsrate steigern. Das ist alt, aber was jetzt neu ist und das finde ich mega cool und das ist auch etwas, wo wir demnächst als Studie hier in Bern anbüten. Es gibt das Guselkumab, das ist uns vorher schon mal begegnet, also ein P19-Antikörper kombiniert mit Golimumab, was ein TNF-Blocker ist. Ich möchte Ihnen da ganz spannende Ergebnisse zeigen. Da hat man die Patienten in der Studie in drei Arme aufgeteilt. Der eine hatte nur das Golimumab, der TNF-Blocker, die zweite Gruppe, die blaue, das Guselkumab bekommen und die dritte, die haben beides miteinander bekommen. Aber nur für eine gewisse Zeit, nämlich nur bis 12 Wochen und dann hat man eins von beiden Medikamenten wieder weggelassen. Und hier sind die Daten und das ist mega spannend. Sie sehen, wenn man das allein gibt, nur eine Heilungsrate bei den, das sind Kolitis-Patienten, oder? Woche 12 von 25 Prozent. Wenn man beides miteinander gibt, ist man schon bei 46 Prozent. Und was ich sehr spannend finde, wenn man dann ja nur eins, nämlich das Guselkumab, weiterführt, ist man bei Woche 38 immer noch bei 48 Prozent. Also das sind sehr schöne Daten und ich glaube, das ist das, wo in der Zukunft auf uns zukommt, nämlich die Kombination von Medikamenten. Und ich denke, der Prozentsatz von Abheiligen wird dadurch immer mehr steigern. Aber Gefahr ist natürlich potenzielle Nebenwirkungen. Oder man darf natürlich dann nicht Medikamente miteinander kombinieren und nachher kommen sie aufgrund von zum Beispiel irgendwelchen Infektionen zu schaden. Also das muss man sehr genau anschauen, was das gibt. Aber wie gesagt, die Interleukin-12-23-Antikörper sind natürlich durch sehr wenig Nebenwirkungen charakterisiert. Und von daher bietet sich das, wie auch das Entivio, also das Vetulizumab, praktisch sehr gut an als Kombinationstherapie. Aber wie gesagt, die Studien fehlen noch. Das wird alles kommen. Jetzt bin ich schon am Ende. Ich denke, Ihre Köpfe rauchen schon mit den vielen neuen Molekülen. Aber ich tue das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben dann viele gute Medikamente auf dem Schweizer Markt, die wirksam für Kronen- und Colitis ulcerosa sind. Leider gibt es immer noch nicht das Misswunsch-Präparat, das bei 100% von allen Patienten wird funktionieren. Gibt es leider nicht. Und die Forschung ist im Moment gerade sehr fest daran zu schauen, können wir aus dem Blut irgendwelche Faktoren finden, wo man kann sagen, der Patient, der XYZ im Blut hat, der spricht auf das Medikament gut an. Da gibt es so ganz leichte Fortschritte, aber es ist mega kompliziert. Also so einfache Bluttests haben wir im Fall. Das ist immer noch Forschung. Neue Medikamente gibt es also in Form von dem Ozanimod. Und es gibt bald wahrscheinlich in den nächsten Monaten Rechnungen mit Upadacetimib und auch mit dem Risakizumab, welches aus dem Markt wird kommen. Das Ozanimod sind Tabletten. Also das ist was Neues. Wir haben ja jetzt Jahrzehnte, oder ganz früh gab es die Tabletten, dann sind Infusionen, dann die Spritzen und jetzt kommen wir lustigerweise wieder zu den Tabletten zurück, oder? Und diese Ozanimod-Tabletten, die funktionieren relativ gut. Genauso wie diese Chucky-Nase, haben wir die im Prinzip auch als Tablette abgewertet. Bei der Chucky-Nase muss man sicher die Nebberwirkigen im Auge behalten. Die Intoleukin-12 und Trio-20 Antikörper haben sehr wenige Nebberwirkungen und die P9-10 Antikörper könnten vielleicht einen zusätzlichen Effekt bringen. Kombinationstherapien werden wahrscheinlich die Zukunft sein. Und ich darf ja auch viele, viele Jahre die Crohn- und Colitis-Therapie zurückblicken. Ich schätze mich selber als sehr glücklich, dass ich meine Patienten heute doch eine viel, viel bessere und viel nebenwirkungsfreie Therapie anbieten kann, als das noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Jetzt bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Und ich muss leider gehen. Ich muss noch auf den Flughafen und deswegen gibt es jetzt noch die Möglichkeit, dass man mir noch ein paar Fragen stellen kann, bevor das Programm weitergeht. Aber natürlich sind die anderen Spezialisten, die da sind, wenn später noch Fragen auftreten, auch durchaus bestens ausbildet und könntet auch noch Fragen beantworten. Aber wer jetzt gerade dringlich etwas auf dem Herz hat dürfte, habe ich gerade loslegen, noch etwas zu sagen. Roman? Hallo, ich habe tatsächlich eine Frage. Die entzündlichen weißen Blutkörperchen bei diesem S1P-Gradienten, die sich in der Lymphe ansammeln, was passiert mit denen in der Lymphe? Entzünden die die Lymphe nach? Nein, die bleiben einfach dort liegen. Die machen nichts. Das sind ja auch nicht alle, sondern das sind gewisse Untergruppen, hat man festgestellt. Und die bleiben einfach dort liegen, im Lymphknoten, aber das führt zu keinem Schaden. Aber das ist eine sehr gute Frage. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Schnell warten, bis das Mikrofon kommt. Kombination aus mit bioidentischen Hormonen. Was mit bioidentischen? Hormonen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass das irgendwie die Kombination ist nicht so gut mit bioidentischen Hormonen. Weiss man da mehr? Hat man da Erfahrung? Ja, es kommt darauf an, es gibt natürlich viele Hormone. Von welchen Hormonen redet ihr jetzt? Östrogen oder Progesteron? Jawohl. Also man hat natürlich Erfahrung, weil man natürlich durch die Pille weiss, dass das Schubrisiko bei gewissen Pillen, insbesondere östrogenreichen Pillen, deutlich erhöht ist. Also aufpassen. Gibt es da hinten noch eine Frage? Ich habe noch eine von online. Moment. Ja. Was empfehlen Sie, wie man mit dem Arzt über diese neuen Medizin reden sollte und wann sie eingenommen werden sollten? Das kommt von zu Hause, die Frage. Jawohl. Also letztendlich ist immer so, man sagt immer, never change a winning horse. Also wenn ein Medikament gut funktioniert und gut vertragen wird, ja nicht ändern. Oder das soll so lange genommen werden und optimal eingesetzt werden, in der optimalen Dosierung, ja nicht dort um einen Finger lassen. Aber es ist dann, wenn natürlich, wenn man sieht, das funktioniert nicht gut. Der Patient hat immer noch Beschwerden, immer noch Probleme. Dann ist es natürlich Zeit, sich um Alternativen zu bemühen und man ist heute da anders wie früher. Früher hat man natürlich dadurch, dass man gar nicht viele Optionen hatte, hat man die Patienten mehr oder minder vertröstet und hat immer zugewertet. Aber heute ist ein Ziel, oder unser Behandlungssziel, ist eigentlich Abheilung des Darmes, oder? Und das sind sehr hochstehende Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und da probieren wir alles aus, bis wir wirklich das optimale Medikament finden. Und das ist manchmal frustrierend, oder? Heute hat mir ein Patient gesagt, oh, wisst ihr was, wir sind jetzt schon beim siebten Medikament angelangt, oder? Das finde ich selber auch nicht lustig, oder? Weil das braucht Zeit, das braucht Geld, das sind jedes Mal Hoffnungen, die der Patient hat. Nachher ist er wieder enttäuscht, weil es doch nicht funktioniert. Aber ich kann euch nur ermutigen, haltet durch. Weil ich habe das schon x-mal erlebt, nachher ist es das fünfte oder achte, auf einmal haut es und alles ist gut, oder? Also es braucht den Mut, durchzuhalten und neue Medikamente auch auszuprobieren. Da ist Gano. Wie die Krankheit abklingt, muss man mit der Einnahme von Medikamenten weiterfahren, oder kann man dort Medikamente auch absetzen? Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Also prinzipiell bin ich ein grosser Fan, dass man mal Medikamente pausieren oder absetzen kann. Es ist einfach so, wenn man die Studienlage anschaut, zum Beispiel jetzt gerade auf dem letzten Meeting von der Europäischen Gesellschaft hat, England, oder die Engländer müssen ja so fest sparen, und die haben nachher das Entivio einfach bei ihren Leuten, wo es gut gegangen ist, gestoppt. Und innerhalb von sechs Monaten haben 72% wieder einen Rückfall gehabt. Also das sind natürlich schlechte Daten, das will man natürlich nicht riskieren. Aber es gibt Fälle, insbesondere wenn die Erkrankung erst wenige Jahre oder Monate gelaufen sind, dann gibt es Patienten, die komplett wieder abheilen und wo man nachher zum Beispiel als Biologikum auch stoppen kann und die bleiben jahrelang nachher beschwerdefrei ohne Medikamente. Aber es ist eine schwierige Entscheidung und probieren kann man das immer. Es gibt einfach gewisse Medikamente, wo man vorsichtig sein muss, zum Beispiel wenn jemand unter Remicad oder Infliximab oder so einem TNF-Blocker ist, wo man nachher wie kann allergisch werden, wenn die Therapiepause zu lang ist. Das muss man gut diskutieren. Aber es gibt immer wieder Patienten, wo man zum Beispiel Dosis sehr gut reduzieren oder sogar auch mal stoppen. Das liegt drin, aber nur unter guter Überwachung und zum Beispiel regelmässige Stuhlkontrolle. Sonst würde ich das nicht machen. Ich habe nur einmal eine von zu Hause und zwar betrifft das Gürtelrose. Wegen der Impfung, ob das generell zu empfehlen sei für die Patienten oder ob man da etwas beachten muss? Ja, also die Impfung ist ja relativ neu mit dem Schienkriegs und das ist eine sehr gute Impfung. Also man hat in diversen Studien können zeigen, dass das höchst wirksam ist, dass das Nebenwirkungspotenzial von dieser Impfung sehr tief ist und es wird generell eigentlich empfohlen, dass jeder über 65 sollte sich impfen lassen. Also ich bin da auch bald nachher mit dem. Und alle Leute, die immunsuppressiv behandelt sind, also jeder, der immer wieder Kortison braucht, Azathioprin hat oder auch einen TNF-Blocker hat und natürlich sowieso die Chucky-Nase-Inhibitoren, sollten sich impfen lassen. Also das ist etwas, was jetzt mehr und mehr wird kommen. Und diejenigen unter Ihnen, die schon mal eine Gürtelrose hatten, wissen, das ist nichts Angenehmes und wenn man das durch eine Impfung verhindern kann, ist das sicher eine gute Sache. Moment, 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 Moment. Welche andere Impfungen würden Sie unbedingt empfehlen? Ja, also das ist eine wichtige Frage. Da können wir natürlich einen ganzen Abend füllen mit diesen Impfungen und ich weiß, es gibt auch viele Patienten, die sind Impfskeptiker, oder? Und es gibt natürlich einiges, wo man beachten muss bei diesen Impfungen. Und das Problem ist, auch wenn Sie gewisse Medikamente anfangen, die immunsuppressiv sind, dann funktioniert natürlich die Impfung nicht mehr so gut. Das heißt, es ist immer ratsam, diese üblichen Impfungen wie Diphtherit, Tetanus, Polio, Hepatitis A, B und solche Sachen vor solchen Therapien zu machen. Es gibt natürlich auch gewisse Impfungen, die Sie dann gar nicht mehr machen können, wenn Sie zum Beispiel nach Afrika fliegen möchten und eine Gelbfieberimpfung haben möchten. Das können Sie zum Beispiel unter einem TNF-Blocker nicht machen, oder? Das ist dann zu gefährlich. Aber Borreliose kann man ja nicht impfen, aber FSME, das ist durchaus, wenn man im Waldgebiet wohnt, eine sinnvolle Sache, aber auch bitte möglichst vor der Therapie. Gut, ich glaube, dann danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis ein andermal. Danke schön, Frank.